Noch ein ganz kurzer Einschub. Ich habe es jetzt doch noch ein paar Mal angeschaut. Und das habe ich jetzt echt lustig gefunden. Die eine, bei Sekunde sieben, die im blauen Outfit, also unterblau und obenblau, die tritt von rechts oder so. Siehst du bei Sekunde sieben, wie sie so kurz verwirrt ist. Was soll ich jetzt machen? Okay, umdrehen, irgendetwas machen. Es sieht super lustig aus. Es ist mega unsicher. Jetzt ist es wirklich nur kurz. Ein paar Sekunden. Aber du siehst ihren Blick so nachher umdrehen. Ich fand es lustig, es ist mir gerade so aufgefallen. Die anderen halt gerade auch so voll am Abgehen. So ein wenig noch das.